Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends News Update. Ich habe heute neun interessante Details für euch. Angefangen mit verschiedenen Arena-Modus-Informationen, Rank-System, neues Battle-Pass-System soll kommen, Cross-Progression gibt es neue Informationen, aber nicht viel mehr als wir eigentlich jetzt schon wissen, aber Respawn hat sich dort nochmal zu Wort gemeldet, ein paar Buffs und Nerves, Lifeline, Caustic, Revenant und Level 500 Belohnung und so weiter und so fort, damit ihr schon mal grob wisst, auf was ihr hier stoßt heute in den Informationen. Wir fangen mal an mit den Arena-Modus-Informationen. Und zwar noch bevor der Arena-Modus überhaupt in Season 9 rauskam, hat Respawn schon verschiedene Modis getestet, wie zum Beispiel ein Bomben-Modus. Ich gehe mal davon aus, sowas wie Suchen und Zerstören. Respawn hat aber schnell festgestellt, dass das mit den einzelnen Legenden alles nicht so ganz zusammenpasst, wahrscheinlich mit den Skills, Fähigkeiten, keine Ahnung, und hat sich von diesem, ich sag mal, Bomben-Modus wieder verabschiedet. Es heißt aber nicht, dass wir nicht in Zukunft auch verschiedene Arena-Modus-Modis bekommen. Also Limited-Time-Modus, Events, keine Ahnung, das soll definitiv in Planung sein. Sie haben noch verschiedene Sachen im Petto. Weitere Informationen gibt es hier noch nicht. Hier habe ich auch schon drüber gesprochen, dass sich viele Leute Bestrafungen für die Ausdauerquitter im Arena-Modus wünschen. Und Respawn hat bestätigt, dass sie definitiv daran arbeiten, dass die Leute, die ständig in den Arena-Modus quitten, eine Bestrafung bekommen, finde ich eine feine Sache. Kommen wir direkt zum Arena-Ranked-Modus. Wann genau der kommt, steht noch in den Sternen. Irgendwann Mitte Juni hatte ich mal in irgendeinem Video, glaube ich, gesagt. Ich kann mir zwar immer noch nicht vorstellen, dass mitten in einer Season der Ranked-Modus kommt. Respawn selber sagt aber, der Arena-Ranked-Modus wird anders aussehen, als es der Standard-Battle-Royale-Ranked-Modus sein wird. Also das System wird ein völlig anderes sein. Wie genau, ist natürlich auch noch nicht klar. Und wann, lassen wir uns mal überraschen, ob das wirklich Mitte Juni wird. Battle Pass-Patent habe ich als nächstes. EA hat ein neues Patent für ein Battle Pass-System wohl eingereicht. Und sie arbeiten an einem neuen Battle Pass-System. Soll wie folgt, wie folgt genau, kann ich natürlich hundertprozentig nicht sagen. Aber der Battle Pass, so wie er jetzt ist, finden die meisten mega langweilig. Er ist sehr linear, von Level 1 bis Level 110. Und Respawn bzw. EA möchte eben, dass das nicht so linear aussieht, sondern dass man selber so ein bisschen in diesem Battle Pass entscheiden kann, auf was wir hinarbeiten. Wie genau das aussieht, kann ich zwar noch nicht sagen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Und auch hier, wann vielleicht schon Season 10, wäre auf jeden Fall eine geile Sache. Und Cross-Progression ist das nächste Thema. Auch hier meldet sich Respawn nochmal. Selber, zu Wort, am 19. Mai ist dieser Post auf Twitter rausgekommen. Und zwar schreibt Respawn, dass sie daran arbeiten, es definitiv raushauen wollen, aber noch nicht sagen können, wann genau das kommen soll. Informationen werden hierzu auf jeden Fall von offizieller Seite nochmal rausgeballert, sobald sie wissen, wann es definitiv released wird. Also, an alle, die sich das so lange wünschen und wer nicht weiß, was Cross-Progression ist, spielst du lange, lange auf der Playstation, hast keinen Bock mehr auf Playstation, willst auf PC wechseln, auf Switch oder sonst was, kannst du deinen Account, deine ganzen Daten, alles, was du dir gekauft hast jemals, halt auf die andere Plattform rüber transferieren. Das ist Cross-Progression, wie gesagt, es ist in der Mache, aber ich denke, es gibt noch andere Baustellen, die weitaus größer sind. Kommen wir zu Level 500 Belohnungen. Respawn möchte definitiv die Spieler, die Hardcore ständig an Apex Legends suchten, sind, besser belohnen quasi all diejenigen, die mindestens Level 500 schon erreicht haben, mit besseren Belohnungen eben, mit mehr Belohnungen. Und es kann auch sein, dass hier die legendären Token eventuell eine übergeordnete Rolle spielen. Wie genau, ist natürlich auch noch nicht bekannt, aber es ist geil, dass Respawn auch an die Leute denkt, die regelmäßig am Suchten sind. Ein Lifeline-Nerf könnte kommen. Das ist jetzt nur eine Theorie. Respawn hat festgestellt, dass Lifeline mit den Änderungen in Season 9 vielleicht ein Stück weit zu stark ist. Viele haben sich ja beschwert, dass dieses Revive-Shield zu stark ist. Das wurde ja rausgepatcht, was völlig okay ist. Jetzt kann ja Lifeline 2 Teammates zeitgleich hochheben oder nacheinander mit dieser Drohne und kann sich selber noch bewegen. Und irgendwie hat Respawn festgestellt, dass sie aktuell ein bisschen zu stark erscheint, was ich sehr, sehr krass finde. Und sie denken aber noch nicht darüber nach, sie irgendwie anzurühren und vielleicht zu nerven. Aber genau so einen Post hatten wir schon mal mit Horizon. Wir denken jetzt noch nicht darüber nach, Horizon zu nerven. Und innerhalb der nächsten 6 Wochen wurde sie zweimal gepatcht. Also ich gehe mal davon aus, dass bei Lifeline nochmal irgendwas passieren wird. Da bin ich sehr, sehr sicher. Jetzt freuen sich alle Coostik-Fans. Ja, Coostik wird in naher Zukunft einen Buff bekommen. Und zwar soll inhaltlich das so aussehen, dass sämtliche Gegner von Coostik wieder, ich sag mal, mehr Panik vor dem Gas bekommen und versuchen, so schnell wie möglich, wenn sie einmal in so einer Gasfalle drin sind oder in so einer Ulti, eben das Weite zu suchen. So schreiben sie es. Wie genau das aussehen soll, ob das mehr Damage macht. Mehr Damage macht für mich eigentlich keinen Sinn. Es ging in den letzten Seasons immer up and down, up and down mit diesem Gas. Schaden mit den Ticks, wie viel Schaden die pro Sekunde machen und so weiter. Ja, mal gucken. Ich bin mal gespannt. Ich könnte mir vorstellen, dass die Gaswolke vielleicht ein bisschen größer wird. Aber der Schaden gleich bleibt. Keine Ahnung. Gerne in die Kommentare über den ganzen Stuff, den ich bis jetzt hier bequatscht habe. Und der Letzte, was ihr davon haltet. Denn das Letzte wird sein ein Revenant Buff. Und hier verrät wahrscheinlich Respawn selber so ein Stückchen, wie genau der Buff aussehen soll. Auf jeden Fall soll es inhaltlich so sein, dass wenn der Buff erfolgt ist, dass er in Anführungszeichen wieder ganz nach oben klettert. Einerseits könnte man das so verstehen als Pickrate, dass Revenant Nummer 1 Legende sein wird. Ich gehe aber davon aus, dass dieses Anführungszeichen nach oben klettern der Infinite Climb bedeuten soll. Das heißt, das ist ja schon länger bekannt, habe ich auch schon öfter darüber berichtet, dass es in Planung ist, dass der Revenant Buff so aussehen soll, dass er unendlich hoch klettern kann. Das wäre natürlich ein ordentlicher Buff. Ich finde dennoch, dass wenn das jetzt noch kommt und die Ulti, man bekommt ja immer noch im Ranked ständig diesen Ulti, diese Kombination aus Octane mit dem Jump Pad und die Ulti, die von Revenant ja unendlich weit theoretisch geht, nur zeitbegrenzt, dass man da immer noch hart auf den Sack bekommen kann. Deswegen könnte es sein, dass Revenant danach, ich habe schon wieder ein Punkt Sprachfasching, danach vielleicht ein bisschen zu OP sein könnte. Deswegen lasst uns hier mal in den Kommentaren diskutieren, inwieweit Revenant hier diesen Buff vielleicht nötig hat oder nicht. Ich finde ihn eigentlich ganz okay so. Lassen wir uns mal überraschen, was da noch kommt. Das soll es schon wieder gewesen sein. Lasst diesem Video wie immer einen Daumen nach oben dran. Aber wenn ihr Neues habt, wenn ihr rund um Apex Legends nichts verpassen wollt, das war es von mir. Haut rein, bis zum nächsten Mal und vor allen Dingen bleibt gesund. Ciao.